Der muss ruhig gekehrt werden. Dafür müssten die Sachen weg. Ob sie wohl so nett werden? Ich kann grad schlecht. Toni, ja. Seit wann sitzt du im Rollstuhl? Im Rollstuhl? Keine Polizei! Ja, ist gut, ist gut! Keine Polizei! Verdammt noch mal! Wie heißt du eigentlich? Nadja. Okay, Nadja. Ich glaub, du bist meine Erklärung schuldig. Wir haben Probleme. Probleme? Du hast Probleme? Ich glaube, ich hab hier Probleme. Verstehst du? Da ist eine Verrückte an einem Taxi, ja? Ich will sie rauszehren, haut sich die Birne an. Ich geh ins Krankenhaus und da erfahr ich, dass sie von der Polizei gesucht wird. Du hast Probleme? Ich glaube, ich hab hier Probleme! Meine Schwester ist tot! Oh, Wille! Tot! Umgebracht! Los, ich piss euch an! Mach die Molle auf! Oh! 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 Boah! Ich weiß! Oh! Maybe das war's total, man! Oh! 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 So you won't be disappointed.